Liebe Freunde, Elon Musk hat sich jetzt zu dem Anschlag auf sein Tesla-Werk zu Wort gemeldet und spricht da von einer bizarren Art von Verrückten. Ja, ist dann noch sehr human und harmlos ausgedrückt. Brandenburgs Innenminister spricht sogar von Öko-Terrorismus. Ich denke, das trifft die ganze Sache schon näher oder eher, denn das hat auf jeden Fall terroristischen Charakter. Was ist passiert? Nur mal noch schnell der Blick hier auf diesen brennenden Strommast. Das ist, glaube ich, eine 110 Kilowolt Leitung, also 110.000 Volt gehen über die Leitung und die wurde da von einer linksextremistischen, sich selbst Vulkangruppe oder so nennenden Organisation, Zelle, wie auch immer, in Brand gesteckt. Wir schauen uns nachher auch das Bekennerschreiben von denen im Original an, weil bei der Bild-Zeitung kriegt man ja immer nur das zu lesen, was man lesen soll. Aber nochmal zurück hier zum Elon Musk. Der hat hier getwittert. Ja, und wo stand ja auch die Übersetzung? Auf X, ehemals Twitter, machte Musk seinen Ärger Luft, schrieb, das sind entweder die dümmsten Öko-Terroristen der Welt oder sie sind Marionetten derer, die keine guten Umweltziele haben. Und weiter, die Produktion von Elektrofahrzeugen anstelle von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen zu stoppen, ist extrem dumm. Ja, die Aussage kann ich jetzt nicht ganz so unterstützen, denn ich halte Elektrofahrzeuge noch nicht für das Mittel, um irgendwie den Planeten zu retten. Im Gegenteil, die Elektrofahrzeuge bringen ja sogar einige Umweltschäden mit sich, was auch die sogenannten Öko-Terroristen da in ihrem Bekennerschreiben halt bemängeln. In dem Artikel ist dann noch interessant, dass Brandenburgs Innenminister hier Konsequenzen ankündigt. Das müsst ihr euch bitte genauso dick im Kopf merken, wie hier die Buchstaben geschrieben sind, denn der CDU-Innenminister von Brandenburg ist empört. Heute wurden bewusst tausende Menschen von der Grundversorgung abgeschnitten und in Gefahr gebracht, das wird Konsequenzen haben. Okay, hat er ja soweit mit Recht. Also da ist ein Anschlag auf die Grundversorgung, auf unser Stromnetz geschehen, der jetzt zum Glück noch mal glimpflich ausgegangen ist. Das hätte viel schlimmere Auswirkungen haben können, wenn da diese sogenannten Kaskadeneffekte eintreffen, sodass sich nach und nach mehr und mehr Teile des Netzes abschalten kann. Es sogar bis zu einem stark gefürchteten Blackout kommen am Ende, wo dann das ganze Stromsystem zusammenbricht. Ist jetzt bei dieser relativ kleinen Leitung nicht passiert, haben wir noch mal Glück gehabt. In dem Artikel wird ja ein bisschen mehr auf diese sogenannte Vulkan-Gruppe eingegangen und das ist die Gruppe, die sich da zu dem Anschlag bekannt hat. Das handelt sich da um eine linksextremistische Gruppe. Komischerweise behauptet Nancy Faeser und all ihre Ampel und linksgrünen anderen Konsorten doch immer, die größte Gefahr der Terrorismus und alles Schlimme geht doch von rechts aus. Warum haben wir jetzt hier mit so einem heftigen Anschlag eine linksextreme Gruppe? Also Nancy, da bist du wohl auf deinem linken Auge blind, hast wohl zu oft Artikel für antifaschistische Seiten geschrieben und deswegen muss man dir doch hier so ein bisschen Befangenheit mit einrechnen, würde ich sagen. Aber ich will nicht so weit abschweifen. Ja, geht halt hier wieder um diesen Anschlag auf diese Stromtrasse. Aber interessant finde ich halt hier den Satz. Doch wer sind die Täter? Öko-Terroristen, die seit 13 Jahren im Untergrund ihre Taten planen, sagt Brandenburgs Innenminister Michael Stübden von der CDU. Und da wieder mal meine absolute Kritik an der CDU. Das sind im Endeffekt auch nur Leute, die große Wörter in den Mund nehmen, aber nie Taten folgen lassen. Denn wie kann das sein, dass diese Vulkangruppe seit 13 Jahren im Untergrund Taten plant und auch ausführt? Denn hier weiter in dem Artikel schreiben sie auch, dass die schon verschiedenste Anschläge auf Infrastruktur, gerade im Strombereich auf irgendwelche Kabel und sonst was gemacht haben und auch auf Datenleitungen unter anderem. Und die haben halt schon für sehr schweren Schaden an empfindlicher Infrastruktur in Deutschland gesorgt und können seit 13 Jahren ihr Unwesen treiben. Ja, also wenn man da so guckt, kaum stellt einer ein grünen Plakat auf, was die Grünen ein bisschen kritisiert. Und schon hat er da eine Hausdurchsuchung zu Hause oder was weiß ich, Ricarda Lang wird beleidigt, Hausdurchsuchung, schwere Strafen und so weiter und so fort. Und dann sind hier Terroristen am Werk seit 13 Jahren und was passiert? Nichts. Jetzt haben sie sogar den größten Anschlag in ihrer bestehenden Zeit da machen können mit diesem Ausschalten der Gigafabrik, wo ja dann noch auch Wohngebiete dran hingen und so weiter und so fort. Die erzählen zwar in ihrem Bekennerschreiben nachher, ja, wir haben ja geguckt, dass da keine Personenschäden zustande kommen können und dass wir uns auch nicht selbst verletzen bei der ganzen Aktion. Ich muss mal auch dazu sagen, ist ja auch gefährlich, sich solchen Einrichtungen zu nähern, wenn man da jetzt nicht unbedingt die Ahnung von hat. Und ja, das beteuern sie zwar alles, aber da hätte ja sonst was passieren können. Wissen die genau, wer alles an solch einem Stromnetz hängt? Sind vielleicht Menschen, die in ihrem Zuhause eine Sauerstoffmaske oder sonst was haben? Sicher werden die auch irgendwelche Notfallakkus dann haben. Aber trotzdem, es geht nicht. Es ist mit nichts zu rechtfertigen, einen solchen Anschlag auf empfindliche Infrastruktur durchzuführen. Und der Staat ist jetzt wirklich mal gefordert und dann nicht hier wieder mit Konzerte gegen rechts und die bösen Rechten haben wir da dies gesagt und haben Ricarda Lang beleidigt oder haben Baerbock auf die Schippe genommen oder nehmen den Kinderbuchautoren. Entschuldigung, ich wurde angehalten zu sagen, den Co-Kinderbuchautoren nicht ernst. Und ja, also was soll ich da sagen? Also da sind die wahren Täter, die wahre Gefahr. Und da springe ich dann jetzt auch mal hier auf diese Seite. Indymedia.org ist eine linksextremistische Seite oder besser gesagt eine Seite, auf der sich Linksextremisten vernetzen, wo sie über ihre Taten sprechen, so berichten, wie jetzt zum Beispiel auch hier Vulkan-Gruppe Tesla abschalten, Anschlag auf Stromversorgung und hier veröffentlichen sie halt ihre Bekennerschreiben oder Aufrufe, was hier auch passiert ist. Sie veröffentlichen zum Beispiel Fotos von vermeintlichen Rechtsextremisten mit der Aufforderung, dann Name und Anschrift und so weiter rauszufinden. Das alles passiert hier auf dieser Plattform. Es wurde auch schon oft in der Politik darüber diskutiert, dass diese Seite eigentlich unterbunden werden muss, ist aber wiederum nicht passiert. Diese Seite war nie irgendwie vom Netz genommen worden seitens der Bundesregierung. Wir müssen da in dem Zuge vielleicht auch nochmal die russischen Nachrichtenseiten, die ja jetzt seit dem Ukraine-Konflikt hier seitens der Bundesrepublik abgeschaltet oder ja auch verhindert wurden. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist in Deutschland, ob man darauf zugreifen kann. Ich kann natürlich darauf zugreifen. Ich bin ja nicht im Wokistan anwesend, aber das sind halt so Fragen. Also da werden Nachrichtenseiten, weil sie vermeintlich Propaganda bezeichnen oder sonst wie, abgeschaltet. Da geht er trotz-fatz. Aber hier bei der Seite schaffen sie es jetzt seit Jahrzehnten nicht, diese Seite vom Netz zu nehmen. Ich werde euch hier die Seite verlinken. Ich möchte da nicht auf alles eingehen, weil das ist ein ellenlanger Text und das fängt dann jetzt hier an mit, ja, warum die jetzt Tesla da angreifen, weil es halt Erde, Ressourcen, Menschen, Arbeitskraft schluckt und dafür 6000 SUV-Killermaschinen und Monster-Trucks pro Woche ausstößt. Ja, und deswegen haben sie halt da jetzt diesen Angriff gemacht. Ja, gegen Elon Musk, den sie hier Elend Musk nennen, haben sie natürlich auch was, weil er ist, ach, was weiß ich, was der alles ist, da so viele Beschimpfungen hier drin. Möchte ich auch gar nicht wiederholen, weil ich habe hier sowieso Probleme mit YouTube. Irgendwie haben die was gegen meine Aussprache. Dabei versuche ich mich schon immer zurückzuhalten und viele Wörter zu vermeiden. Naja, so ist es nun mal im besten Deutschland aller Zeiten. Also, sie sprechen dann halt hier von Ausbeutung im Zusammenhang mit dieser Gigafactory. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Freund von Musk. Ich bin auch kein Freund von dieser Gigafactory. Ich bin kein Freund von Elektroautos, aber ich bin auch kein Freund von Terrorismus und auch überhaupt kein Freund von Angriffen auf unsere Infrastruktur. Dieser Satz vielleicht, Tesla ist ein Symbol für grünen Kapitalismus und einen totalitären technologischen Angriff auf die Gesellschaft. Also, sie sprechen hier von grünen Kapitalismus. Also, diese ganze linksgrüne Szene ist auch in sich so zersplittert, dass die jetzt zum Beispiel, Tesla, was ja von hier Bündnis 90, die Grünen und so weiter, gefeiert wird als Revolution und das ist ja super hier für die Umwelt und so weiter und so fort. Da gibt es dann hier wieder extremistische Gruppen auch in den linken Lagern, die dann wieder total dagegen sind. Nein, das ist grüner Kapitalismus und es beutet hier die Lithiumrohstoffe, zum Beispiel in Südamerika, in Bolivien, Argentinien und wo die herkommen, beuten die aus. Ich kann dazu noch anführen, die Kobaltproduktion in Afrika habe ich eine Arte-Dokumentation mal zugesehen. Wenn unmenschlich, wie da diese Rohstoffe gewonnen werden, da muss man dieser Gruppe hier auch einmal recht geben, auch wenn die Bekämpfung, die sie da anwenden, nicht richtig ist. Auch nochmal ein wichtiger Punkt hier, der totalitäre technologische Angriff sieht dann wie folgt aus. Ein Tesla-Fahrzeug ist ein Überwachungsgerät des öffentlichen Raums. Es ist rundherum mit hochauflösenden Kameran durch Samsung ausgestattet. Also ist schon interessant. Klar, wenn das jetzt stimmt und diese Teslas da wirklich überall Fotos machen, hat natürlich der Mast Zugriff auf immense Datenmengen, was ihm ja dann auch ermöglicht, dann an KI zu arbeiten. Der hat ja auch noch andere Projekte, damit Chips in den Kopf setzen und so weiter und so fort. Also der ist ja schon, auch Starlink wird hier angesprochen. Starlink ist natürlich auch so eine Sache. Einmal die Lichtverschmutzung, die es da am Himmel oder für die sie da am Himmel verantwortlich sind. Da sind ja gerade Sternenbeobachter nicht zufrieden mit Starlink. Aber auch die Überwachung, das Internet der Dinge und so weiter ist natürlich da auch Tür und Tor geöffnet. Ja, dann ist natürlich X hier noch im Gespräch, weil da treffen sich die Aria der AfD, wird dann gesagt und so weiter und so fort. Also Elon Musk, auch ein riesen Feindbild hier dieser Gruppierung. Dann am Ende gehen sie dann nochmal darauf ein, wie sie diesen Anschlag dann auch durchgeführt haben. Also denen war das schon alles bewusst, was sie da getan haben. Haben dann hier auch darüber diskutiert, dass sie den Stahlmast jetzt vielleicht nicht schmelzen können. Aber mit einem Feuer hier ab 500 Grad aufwärts verliert der Stahl an Festigkeit, Steifigkeit und könnte dann irgendwann auch mal knicken. Das ist glaube ich in dem Fall nicht passiert, haben sie nicht geschafft. Aber dann auch hier der Angriff direkt da, wo diese Kabelmuffen von der Hochspannungsleitung in eine unterirdische Leitung reingingen. Genau an der Stelle haben sie dann ein Feuer gelegt, um Kurzschlüsse zu erzeugen und dann noch kombiniert mit dem Wasser und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich auch hin, weil sobald der Kurzschluss da ist, fliegen dann irgendwo im anderen Umspannwerk die Sicherungen raus und dann ist eh dunkel. Also da macht das Wasser jetzt auch nicht viel aus. Aber trotzdem, ja, so ist das dann hier auch, kommt das dann zum Ende. Ja, erschreckend, erschreckend. Ja, jetzt haben wir die ganze Sache mal beleuchtet, wie das Ganze da so vonstatten ging mit Bekennerschreiben. Politik auf dem linken Auge, blind, handlungsunfähig. Seit 13 Jahren treiben die da ihr Unwesen und keiner handelt so richtig. Gedanken sollten wir uns auf jeden Fall darüber machen, wie leicht angreifbar unsere Infrastruktur ist. Man muss ja auch davon ausgehen, dass eventuell Russland, mit dem wir ja sozusagen schon fast im Kriegszustand sind, erstmal vielleicht nicht hingeht und uns bombardiert, sondern vielleicht mit kleinen Terrorzellen hingeht und unsere Stromversorgung einfach kappt. Die könnten sich ja auch eine größere Leitung aussuchen, die wo mehr dran hängt, die viel wichtiger ist. Wir haben ja auch gewisse Stränge, wenn man die ausschaltet, haben die ganz andere Effekte jetzt als diese kleine Mast, den die da angezündet haben. Also da ist Tür und Tor offen. Auch von ukrainischen Terroristen wurde schon gesprochen, dass die eventuell unzufrieden sind mit der Hilfe hier aus dem Westen, dass denen das einfach nicht reicht und dass die deswegen Terroranschläge machen. Oder halt einfach hier solche Linksextremisten, weil denen einfach irgendwelche Werke nicht passen oder was auch immer, dass die dann halt Anschläge machen. Also unsere Infrastruktur ist wirklich stark gefährdet und da bin ich auf der Seite von diesen ganzen Preppern, die da sagen, bereitet euch vor, seht zu, dass ihr eine gewisse Zeit auch ohne alles auskommen könnt. Denn wenn der Strom erstmal großflächig aus ist, kann man den nicht so schnell wieder einschalten und alles, was wir zum Leben benötigen, hängt ja eigentlich am Strom. Ja, liebe Freunde, teilt gerne dieses Video, um darauf aufmerksam zu machen, wie schlimm der Linksterrorismus hier im Lande wütet, wie gefährlich und wie gefährdet unser Stromnetz ist. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, die Glocke dabei aktivieren, damit euch die Videos auch angezeigt werden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!